So, was machen wir denn hier heute? Vermessung, Achsvermessung. Ganz wichtig, was viele Leute immer vergessen, ist halt eben vorher Luft zu prüfen. Genau, da geht es grundsätzlich schon mal mit los. Du musst halt gucken, wie das Auto beladen ist. Nicht, dass der eine vorher noch Beton transportiert hat oder sowas. Irgendwie so 10 Sack oder sowas und die noch im Kofferraum hat oder so. Das ist dann nämlich immer ganz gut. Genau, wenn du ein Gewindefahrwerk hast, hat vorher schon gescheit die Höhe eingestellt. Genau, weil sich über die Höhe natürlich auch die Achsmesswerte verstellen. Was ist so grundsätzlich das Ziel von einer Achsvermessung? Ja gut, dass das Auto halt eben gescheit fährt, gescheit einlenkt, sag ich mal. Das Ziel ist halt eben, dass du im Idealfall keinen positiven Sturz hast, sondern negativen, weil halt eben das Auto auf dem Reifen in der Kurve arbeitet. Da könnte man direkt erklären, was denn positiver und negativer Sturz ist. Genau. Du stehst ja. Top-Überleitung. Also positiver Sturz wäre halt eben, wenn das Rad oben weiter raus steht als unten, also quasi so komplett gekippt ist, dann arbeitest du nur auf der Reifenaußenseite schon bei der Geradeausfahrt und wenn du dann halt eben in eine Kurve reingehst, stützt du dich nur noch hier außen auf diesen Bereich im übertriebenen Sinne. Und deswegen hört man immer einen negativen Sturz, das heißt, dass das Rad oben eingestellt ist, dass du grundsätzlich bei der Geradeausfahrt, sag ich mal, auf dem Bereich ungefähr arbeitest, dass wenn du dich in die Kurve reinlegst und der Reifen auf der Felge oder das Auto auf dem Reifen arbeitet, dass du eine volle Auflagefläche hast, um möglichst viel Grip zu generieren und dass der Reifen sich natürlich auch bescheid abnutzt. Das sieht man immer ganz gut am Reifenablaufbild, der Reifen ist jetzt neu, wenn du halt eben hier außen nur oder vermehrt, sag ich mal, Gebrauchsspuren hast im Vergleich zu innen oder der mehr abgenutzt außen, hast du halt eben einen positiven Sturz oder einen zu positiven Sturz. Wenn der sich nur innen abnutzt, hast du einen zu negativen Sturz, das sieht man ganz gern mal bei so runterfahrern oder sowas, die dann irgendwie mit 6 Grad Sturz da durch die Weltgeschichte fahren, dass der Reifen sich nur hinten abnutzt. Genau, zu viel, zu wenig Druck hat natürlich auch im Endeffekt Auswirkungen auf die Reifenabnutzung. Das heißt, wenn du zu viel Druck hast, bläst sich der Reifen so rum auf im übertriebenen Sinne und du hast halt zentral sehr, sehr viele Abnutzungsspuren. Umgekehrt halt eben, wenn du zu wenig Reifendruck fährst, nutzt er sich eher an den Außenflanken ab, weil der Reifen im übertriebenen Sinne so rum einfällt. Dann kommen wir zur Spur. Im Endeffekt ist die Spur halt eben, wie die Räder zueinander stehen, beziehungsweise wie die Räder im Verhältnis zur Geradeausfahrt stehen. Eine Vorspur wäre halt eben, oder Toe-In im Englischen halt eben, dass die Vorderseiten des Rades nach innen stehen. Gibt dem Auto sehr, sehr viel Spurstabilität in Geradeausfahrt. Nachspur wäre halt eben, wenn die Zehen vom Rad nach außen stehen. Oder Toe-Out dann im Englischen. Und das optimiert auf jeden Fall das Einlenkverhalten im Endeffekt. Gerade so im ersten Moment, wenn das Auto sich halt noch auf beiden Rädern stützt und das eine Rad quasi schon zur Kurvenseite hin steht, ist halt eben ein besseres Einlenkverhalten. Und dann hast du halt eben dann im Endeffekt eine schlechtere Geradeausfahrt. Genau. Bei Rennwagen gehen wir hin und geben dem Ding auf der Vorderachse Nachspur. Wenn das Auto gescheit einlenkt. Das sind 10 Minuten insgesamt Nachspur bei dem Rennwagen. Und auf der Hinterachse sind 16 Minuten Vorspur. Kleiner Exkurs noch. Grad und Minuten. Du guckst mich gerade so fragend an. Ja, ich hab mich gefragt, warum das so lange dauert. Genau. Genau. Das ist natürlich keine Zeitrechnung, sondern im Endeffekt hast du 1 Grad. Das ist unterteilt in 60 Minuten. Das heißt halt eben, 20 Minuten wären im Endeffekt 0,33 Grad. Ja. Genau. Deswegen messen wir alles in Grad und nicht in Millimetern oder sonst irgendwas. Jo, dann haben wir noch Nachlauf. Nachlauf ist im Endeffekt, wenn du dir vorstellst. Oder du kannst es vielleicht nachher auch nochmal zeigen. Ja. Das obere Traggelenk zum unteren Traggelenk. Bei einer Doppelquerlenkeachse. Wie die im Verhältnis zueinander stehen. So rum. Also nach vorne oder hinten. Genau. Nach vorne oder nach hinten. Nach hinten gibt es eigentlich nicht. Nach hinten gibt es bei Einkaufswagen. Ja, stimmt. Deswegen dreht sich auch immer das Rad nach hinten bei einem Einkaufswagen. Im Regelfall machst du halt eben Nachlauf nach vorne hin. Oder positiven Nachlauf. Dass du halt eben ein Eigenlenkverhalten von dem Rad entwickelst. Genau. Dass du halt eben auch mehr Feedback im Lenkrad hast. Und das Auto von alleine wieder in die geradeausfahrt geht, wenn du das Lenkrad loslässt. Wichtig bei einer AMB-Fahrerin, wenn ihr keine Servo habt, so wenig Nachlauf wie nur möglich. Gerade wenn ihr einen breiten Reifen fahrt, weil die Lenkkräfte dann doch relativ hoch sind. Selbst wenn du irgendwie 5 Grad oder 6 Grad Nachlauf hast, hast du da schon echt Lenkkräfte drin. Und gerade beim Umparken wird es dann sehr unangenehm. Gerade dann irgendwie vom Supermarkt oder sowas. Da am da rumrudern bist, wird es relativ anstrengend. Die Servo war zu teuer bei SBS. Ansonsten halt eben so viel Nachlauf wie halt eben geht. Dass du möglichst viel Feedback vom Auto bekommst. Und genau, halt so viel Nachlauf, dass es nicht bei einer AMB ist. Hier vorne immer die Ecke ist ein bisschen kritisch. Je nachdem wie tief das Auto ist. Der Übergang von Kurvflügel zur Stoßstange, wo die eine Schraube hier drin sitzt. Gerade wenn die Autos sehr sehr tief sind, wird es da schon mal sehr sehr eng. Deswegen müssen wir da auch noch ein bisschen bei der Vermessung drauf gucken. Dass du auch genügend Platz halt eben überall in hast. Und nicht dir irgendwas einstellst, wo du nachher dann halt eben dran schleifst. Genau. Gerade wenn du ein sehr sehr enges Setup hier halt eben fährst. Dass du hinten nicht oder vorne nicht anfängst an den Rathauskanten oder sowas zu schleifen. Würde du zu wenig Sturz. Dann stellen wir das Auto komplett auf so Schiebeplatten, dass das Rad sich komplett frei bewegen kann. Wir sind momentan noch gesperrt mit zwei Sperrdingern. Pins. Genau. Und wenn ihr das Auto auch absetzt für die Vermessung, dann gehen wir auf so Schiebeplatten, dass das Rad sich halt eben frei bewegen kann. Dass sich das nicht irgendwo im Endeffekt stützen könnte, wenn das jetzt auf einer Hebebühne ist. Und du den quasi wieder absetzt auf diese Ebene hier. Weil das Rad dadurch, dass es einfedert, bewegt sich schon ein bisschen nach außen und dreht auch die Spur ein bisschen ein. Deswegen gehen wir auf so Schiebeplatten stellen. Das sind zwei Ausführungen. Einmal für vorne, die Variante hier. Mit nur einer Grad-Skala dran. Das wir nachher nach aufmessen können. Und für hinten haben wir ganz normale Platten ohne die Skala hier. Das ist ja grundsätzlich genau die gleiche Platte. So. Wir haben das Auto jetzt erstmal frei gehoben. Ganz wichtig vor jeder Achsevermessung ist natürlich auch zu kontrollieren, ob irgendwelche Gelenke, Lager oder sonst irgendwas Spiel haben. Dafür gehen wir einmal hin. Und drücken hier hinten so leicht links und rechts. Und oben und unten. Dadurch können wir an der Hinterachse überprüfen, ob das Radlager irgendwie Spiel hat. In der Vorderachse gibt es natürlich noch ein bisschen mehr. Wenn wir an der Vorderachse hingehen. So rum können wir halt eben gucken, ob unser Spurstangenkopf oder die Spurstangen im Lenketriebe Spiel hat. Ist hier nicht der Fall. Oben und unten können wir halt eben nochmal gucken. Okay, haben die Traggelenke vielleicht Spiel? Oder hat das Radlager Spiel? Radlager kann natürlich auch so rum kippen. Ist ganz klar. Da muss man dann im Endeffekt immer ein bisschen aufpassen, ob irgendwas Spiel hat. Wenn du irgendwie Spiel feststellst, bietet es sich immer ganz gut an, dass ein zweiter Mann mitguckt oder Frau. Dass man halt eben genau gucken kann, woher die Ursache kommt. Vor der Achsvermessung sind die Teile halt eben dann entsprechend auszutauschen. Weil du halt eben das Problem hast, dass du ansonsten dadurch, dass du das Spiel überall drin hast, dann halt eben falsche Achsmesswerte einstellst. Zumal sollte das so oder so nicht sein. Genau, so oder so sollte das nicht sein. Also wenn du irgendwo Spiel in irgendwelchen Aufhängungspumpen hast, stehst du sowieso. Keine Hauptuntersuchung oder Eintragung oder sonst irgendwas. Und es fährt halt auch einfach scheiße. Genau. Also es ist alles dafür gedacht, dass es kein Spiel hat. Dass es alles schon spielfrei ist. Wie gesagt, haben wir jetzt hier nirgendwo Spiel drin. Ist an allen vier Rädern zu prüfen. Und genau. Luft eingestellt haben wir schon. Das heißt, jetzt geht es auf die Messplatten. Und dann können wir auch schon die Achsvermessung aufbauen. Jetzt haben wir hier so Messköpfe. Die bringen wir im Endeffekt immer auf den Rädern auf. Dass du halt eben jeweils Spur, Sturz, Nachlauf. Auf der Hinterachse gibt es keinen Nachlauf. Aber auf der Hinterachse Spur, Sturz einmessen kannst. Und auf der V-Achse Spur, Sturz und Nachlauf. Dass du auch genau die Maße hast, die das Rad dir überträgt. Genau. Müssen wir mal gucken, dass du auch eine gleichmäßige Auflagefläche hast. Es gibt teilweise Felgen, die einen Stern relativ weit nach innen haben. Und dann haben die hier innen so Huckel überstehen. Haben wir hier irgendwo J11. Da sieht man das immer relativ schön. Genau. Hier sieht man es zum Beispiel ganz leicht. Es gibt auch noch Felgen. Da ist es extremer. Wo du die Gummiklötze, sag ich mal, die wir gerade gesehen haben, hier aufbringen willst. Und wenn du dann hier an so einem Huckel bist, hast du halt Messungenauigkeiten. Deswegen ist es bei uns teilweise so, dass wir sagen, okay mit den Rädern können wir nicht vermessen. Wir müssen andere Räder drauf machen, damit du halt eben ein gescheites Ergebnis hast. Und dann nicht noch den Huckel hier mit einberechnest. Das heißt, wenn ich jetzt hier so einen Hügel mit einberechne, dann habe ich halt eben schon ein ganz anderes Messergebnis in der Spur vorne. Umgekehrt halt eben auch hier oben. Wenn das alles weiter nach außen kippt, habe ich einen positiven Sturz auf der Anzeige, als ich eigentlich habe. Aber das ist auch von Messstand zu Messstand unterschiedlich. Genau. Es gibt unterschiedliche Messstand-Systeme. Es gibt welche, die haben statt den Haken hier, die du hier oben auf die Räder legst. Da passiert im Übrigen nichts. Für die, die sich wundern, die sehen relativ spitz aus. Aber da machst du hier keinen Reifen und nichts mit kaputtes. Es geht einfach nur darum, dass der in dem Reifen ein bisschen eingreift. Deswegen kann die komplett auf meine Hand ablegen und dass es irgendwie wehtut oder so. Es geht einfach nur darum, dass das ein bisschen ins Gummi greift, dass es darauf hält. Mehr ist es nicht. So, das sind die Messköpfe für vorne erstmal. Beziehungsweise die Achse, die du nicht aktiv misst, bekommt diese Messköpfe. Die hier hinten haben so einen Laserkopf. Hier vorne haben wir eine Skala drauf. Wir müssen mal gucken, dass das noch gerade ausgerichtet ist. Dass du zentral vor dem Nabendeckel sitzt und nicht irgendwie mit der Messlatte hier oben unterwegs bist oder sowas. Das bringt alles in die Ungenauigkeiten rein. Hier hinten genau dasselbe Spiel. Zentral vor dem Nabendeckel. Und dann siehst du schon hier vorne, ob wir ungefähr mit der Spur landen. Genau, das ist das, was du hier vorne angezeigt bekommst. Das ist immer nur ein Messwert für das Kochsystem. Also das sind jetzt nicht acht Minuten, sondern das ist ein Messwert für das System. Dass der nachher, kann ich dir gleich zeigen, dass du mit dieser Latte, die du da vorne dahinter legst, in einem bestimmten Abstand, dass der so ein Trapez errechnet und daraus errechnet der dir, dadurch, dass der weiß, was du für einen Radstand hast, errechnet dir halt eben dann deine Spur. Das ist ja schon ein sauschlautes System. Vor allem ist es super schnell aufgebaut, ist echt gut für die Rennstrecke oder so. Du musst halt immer gucken, dass du einen geraden, ebenen Boden hast. Das ist wahrscheinlich meist das Schwierigste. Genau, das ist auf der Rennstrecke meistens das Schwierigste. Aber Boxen sind im Regelfall relativ gerade. Und nett, dass das Auto nachher irgendwie so steht und dann bringst du dir auch wieder Kacke mit ins Haus. Du hast glaubt Werkzeug holt, was brauchen wir denn? Wir brauchen 17er Schlüssel, zwei Stück, dass du die ganzen Exzenterschrauben auf und zu machen kannst, ohne so dabei zu verstellen. Ist auch immer so ein wichtiger Punkt. Genau, bei der Hinterachse beim A und B ist es so, dass du darüber, dass du den kompletten Querlenker raus oder reinschiebst, darüber kannst du Sturz stellen und dann natürlich mit beidseitigem Einvernehmen mit der Spur, halt eben den entweder so oder so zu schieben, dass du die Spur gescheit eingestellt bekommst, dass sich das Rad so dreht und halt eben für den Sturz so. Kann man sich ja relativ gut vorstellen, wenn man hinten so daneben geht, dann genau. Hier gibt es dann so ein bisschen mehr Sinn. Hier können wir einfach nur an den Schrauben drehen und sagen, so ist gut. Das ist richtig. So, jetzt haben wir noch so eine Sturzwaage. Eine Sturzwaage? Eine Sturzwaage. Genau. Hier kann ich kurz den Anlauf messen. Das ist im Prinzip einfach nur eine relativ sehr, sehr genaue elektronische Wasserwaage, wenn du es so willst. Aber die fängt halt ab einem gewissen Punkt an zu messen. Das ist einfach, warte. Das ist doch irgendwie, ja, okay. Jetzt sind wir bei minus. Ist das LED oder? Oder warum hast du so Schwierigkeiten? Nee, weil das so hell ist. Ah, okay. Und der Rest ist dunkel. Ja, aber man sieht es. Genau. Das heißt, je nachdem wie ich die Waage neige, kriege ich meinen Sturzwert angezeigt. Die setzen wir hier oben drauf. Und jetzt haben wir unseren Sturzwert. Wir sind bei 2,30. So, das überprüfen wir dann auf beiden Seiten, dass wir schon mal wissen, wo wir unterwegs sind. Jetzt sind wir bei minus 2,35. Also 2 Grad 35 Minuten. Auf der Hinterachse, so bei Standardvermessungswerten, bei so Landstraßenfahrern und sowas, sind es auf der Hinterachse minus 2 Grad und auf der Vorderachse minus 1,45. Wenn wir dann in Richtung Rennstrecke gehen, dann geht es auch gerne mal vorne in Richtung 3 Grad, 3,5 Grad. Und auf der Hinterachse dann ein halbes Grad weniger, je nachdem was man halt eben vorne eingestellt bekommt. Genau. Also Rennstreckenwerte quasi genau umgekehrt, dass du auf der Vorderachse mehr Sturz fährst, als auf der Hinterachse. Was passiert hier? Was passiert hier? Das ist unsere Messlatte, von der ich vorhin erzählt habe, womit wir unser Trapez mit den Lasern erzeugen können. Damit wir im Endeffekt unseren Spurwert errechnen können am PC dann. Beziehungsweise macht am PC von selbst und gibt dir dann halt eben vor, wo du hier oben auf den Skalen, wo du da hin musst mit dem Laser. Genau. Und über das Trapez, was da erzeugt wird, kann der PC dir dann auch hervorgeben, wo du hier oben auf der Skala hin musst. Damit du deine Spur auf deinen gewünschten Wert einstellen kannst. Es gibt teilweise Systeme, die so einen Laserbaum dann an der Hebebühne vorne dran haben zum Einmessen oder sowas. Und das ist halt sehr, sehr unpraktikabel für auf die Rennstrecke, wenn du deine Hebebühne mitnehmen musst. Deswegen haben wir das System, das einfachste eigentlich ist. Genau, hier haben wir auf der Hebebühne haben wir uns selbst den Abstand dort eben markiert, in dem du die Messlatte vorne und hinten hinlegen musst. Jetzt gehen wir vorne hin und nullen diese Latte einmal, den richtigen Abstand. Das heißt, ich gebe mit beiden den Laser in unten auf unsere Messlatte, drehe die Flügelschraube auf, ziehe den so weit nach außen, dass ich auf null bin. Ich kontrolliere drüben nochmal, dass ich nicht mehr rutscht bin. Bin ich nicht. Wunderbar. Und dann gehen wir hier hin und ziehen die Flügelschraube wieder fest. Und dann geht es mit der Messlatte nach hinten. Wie wird dieser Abstand festgelegt? Der ist von der Firma, die den Achsmessstand gebaut hat, also von Koch ist der vorgegeben. Genau. Das heißt, es ist einfach nur eine, damit ihr nicht jedes Mal nachmessen müsst. Genau, deswegen haben wir uns vorne hinten markiert, den Abstand, dass wir nicht jedes Mal die Flügelschraube da vorne und hinten hinlegen müssen und dann mit Zollstöcken da hinten vermitteln müssen. Dann haben wir es uns relativ einfach gemacht. So, jetzt geben wir den Laser hier hinten drauf und dann kriege ich das erste Mal meinen tatsächlichen reellen Spurwert in der Gesamtspur angezeigt. Das heißt, ich lege die Latte hier auf Null. Und hier drüben hin und guckst mir an, was wir haben. Sind wir jetzt so bei 16 Minuten. Wie gesagt, auf der Straße im Regelfall 20 Minuten Vorspur auf der Hinterachse. Das heißt, wir müssen die Spur noch ein bisschen weiter zu machen vorne. Das machen wir jetzt. Gucken wir mal, dass es klappt. Auch mal so eine Sache. Genau, können wir auch gerade noch durchgehen. Das Problem, was du bei den Buchsen hast, warum du manche Autos nicht mehr einstellen kannst oder nicht mehr gescheit einstellen kannst, ist das diese Stahlschraube. In dieser Gummibuchse hier innen drin ist auch eine Stahlhülse drin. Und das Problem ist, dass die Schraube in der Hülse festrostet, in dieser Metallhülse innen drin. Und dann kannst du dir aussuchen, ob du die Schraube abschneidest und eine neue reinmachst. Oder natürlich, das machen natürlich auch nur Fuscher, dass du halt eben die Schraube so viel hin und her drehst, bis du die Buchse in dem Querlenker, also quasi an der Außenseite, wenn das der Querlenker ist und das die Buchse innen drin, bis du es da gelöst hast. Und die Schraube einfach zusammen mit der Buchse dann drehst, damit du es einstellen kannst. Genau, deswegen, wie gesagt, da muss man immer so ein bisschen drauf achten bei Vermessungen, dass die Schrauben noch alle gangbar sind in den Gummibuchsen bzw. in den Stahlhülsen, die in den Gummibuchsen drin sitzen. Wo du noch immer drauf achten musst, ist, dass du hast zwei unterschiedliche Führungssysteme von dieser Exzenterscheibe hier oben drauf. Du hast einmal eine Variante, wo du quasi zwei Nasen an der Exzenterscheibe hast und in der Schraube, hier in dem Gewinde, siehst du immer hier hinten dran, was das für ein System ist, hier hast du eine abgeflachte Seite. Und die Exzenterscheibe hat quasi passende Ausbuchtung dazu, das heißt, es ist nicht ganz rund, das Loch innen drin. Oder du hast halt eine Variante mit zwei Nasen, die dann hier sitzen. Und gerade bei diesen zwei Nasen kann es halt eben sein, dass die beiden Nasen sich irgendwann, wenn das vier, fünf Mal gestellt worden ist, dass die Nasen halt eben weich werden oder dann sich halt eben abnutzen, rund werden. Und dann drehst du im Prinzip nur noch hier auf der anderen Seite mit der Schraube, hältst den Wert aber nicht auf deiner Scheibe gegen, weil die Scheibe einfach so da drin sitzt, wie sie da drin sitzt und du drehst die Schraube einfach nur innen drin. Das heißt, es verstellt sich aber nichts? Es verstellt sich in einem gewissen Maße an der Schraube hier halt eben, aber ist halt scheiße, ne? Ja, genau. Deswegen, die Autos sind halt eben stellenweise über 30 Jahre alt. Da muss man auch immer so ein bisschen nachgucken, dass sich auch tatsächlich beide Scheiben gleichmäßig drehen, dass du es gescheit einstellen kannst. Genau, hier gibst du halt eben deinen Radstand ein. Das ist für die Messung vorher. Wenn du einmisst, dass du halt eben sagen kannst, okay, ich hatte als Eingangsmessung denen den Sturzwert, denen den Spurwert. Hier unten geben wir unseren abgelesenen Wert an der Messlatte unten ein. Das waren ja 16 Minuten, genau. Das haben wir hier unten schön markiert mit Minuten. Hier oben ist es dann halt eben ein Grad und Minuten beim Sturz. Jetzt geben wir noch unseren Wert an der Vorderachse ein. Das heißt, wir gucken, wo wir von rauskommen. Hier sind wir glatt bei 8. Und hier sind wir bei 7,7. Andersrum. So, den Sturz hatten wir hier auf der Seite 2,30 und hier 2,35. Und ich würde gerne auf meinen gewünschten Purwert von plus 20 Minuten kommen. Wie gesagt, jetzt sagt das System uns halt eben, gibt uns vor, okay, ich muss an den Vorderachsskalen, also an den Hängerskalen, die vorne dranhängen, muss ich auf beiden Seiten auf 7,7 kommen. Und jetzt kann ich halt parallel dann noch den Sturz stellen. Das ist halt ganz angenehm beim N-A-N-B. Wie gesagt, dadurch, dass du den kompletten unteren Querlenker raus rein, in alle Richtungen schieben kannst, stellst du das immer parallel ein. So ein schicker Hut ist das. So ein schicker Hut. Genau. Wie gesagt, jetzt können wir halt eben parallel den Sturz und die Spur, je nachdem wie wir es drehen, einstellen. Das heißt, wir ziehen auf beiden Seiten erstmal die Muttern auf, dass wir gescheit stellen können. Da reicht im Regelfall so eine halbe bis dreiviertel Umdrehung. Dann lassen die sich schon frei bewegen. Und jetzt muss man da vorne immer so ein bisschen anvisieren parallel. Genau, das wird gleichzeitig mit unserem Spurwert hinzogen. Und dann muss man immer so ein bisschen hin und her springen, weil bei uns schon mal eine Vermessung gesehen hat, kennt das Spiel. Wenn wir dann fertig sind mit Stellen, gucken wir parallel beim Festziehen, dass sich vorne nichts verstellt. Jetzt ziehen wir erstmal so weit bei, dass die sich nicht verstellen können. Und dann ziehen wir die natürlich mit dem Drehmomentschlüssel fest, gell Fabi? So, das heißt, wir brauchen noch ein Drehmoment mit 17 mm, damit wir uns die Schrauben noch nachziehen können. Mit 120. Halten dabei. Entsprechend habe ich jetzt hier Publikum oder was? Habt ihr nichts zu tun? Halten dabei natürlich die Schraube fest. Ja. Dass wir dann festziehen nichts verstellen, weil es halt eben sein kann, dass du mit der Mutter die komplette Schraube dann mitdrehst. Verstellst du wieder alles und fängst von vorne an. So, jetzt können wir den ganzen Spaß schon auf die Vorderachse umbauen. Vorderachse ist immer so eine Sache, da gibt es unterschiedliche Schrauben, je nachdem ob es in A oder in B ist. Und was für ein Baujahr gibt es halt eben mit 14er Kopf an der Vorderachse oder wie hinten dann mit 17er Kopf, dass die rundherum 17er Kopf haben. Oder halt eben vorne einen 14er. Also da hat Mats da einfach wieder in ein Regal gegriffen. Und hat gesagt, das haben wir noch da. Genau, das hier hinten ist unsere Nachlaufschraube. Darüber schieben wir den kompletten Querlenker halt eben vorne in die Richtung. Dass wir halt eben den kompletten Axträger so schieben können. Und hier drüber stellen wir unseren Sturz, dass wir den Axträger nach außen oder nach innen bewegen können. Dann machen wir das doch mal. So, jetzt geht es an der Vorderachse entsprechend weiter. Wir haben die Potts umgehoben. Das heißt, wir haben jetzt an dem Fall hinten die Skalen drauf und vorne die Bräse drauf sitzen. Dann machen wir jetzt an der Vorderachse einen Sturz von 2,20m. Zumindest auf der linken Seite. Rechts messen wir jetzt gerade ein. Auch wichtig ist, wenn du so vier Säulen Hebebühnen hast, ist, dass die Hebebühne eingerastet und nivelliert ist. Sonst misst du dir halt eben mit der Kapus in den Sturz rein, wenn die Bühne irgendwie so oder so steht. Dann müsst du auf der einen Seite mehr Sturz als du hast und auf der anderen Seite weniger. Deswegen immer darauf achten, dass die Bühne eingerastet ist, beziehungsweise wenn man es auf dem Boden macht, dass der Unterkünsel eben gerade ist. Aber eine Achsenmesserung auf dem Boden stelle ich mir relativ schwer vor. Ja, ist halt anstrengend. Es gibt extra für dieses System so Stützen, sag ich mal, oder so Pfeiler, die du halt eben unter die Schiebeplatten unten drunter machst, dass du zumindest ein bisschen höher kommst. Ich glaube, die sind irgendwie so hoch oder sowas. Das ist dann wie ein Wagenheber. Das ist dann quasi wie ein Wagenheber auf allen vier Dings. Aber selbst da musst du halt eben darauf achten, dass der Untergrund gerade ist, dass die alle die gleiche Höhe haben. Und du musst gucken, dass du noch unter das Auto passt. Und du musst gucken, dass du noch unter das Auto passt, ja. Auch wenn die anderen ist nichts. So, auf der Seite haben wir minus 2,15. Das heißt, ich habe schon mal mein Basis-Setup, was wir jetzt haben, oder meine Eingangswerte. Die trage ich in das System ein, ein bisschen nicht vergessen. Nachlauf messen wir jetzt ein. So, jetzt gehen wir hin und messen unseren Nachlauf ein. Das kann die Sturzwaage auch an und für sich. Das heißt, du gehst hin und drehst das Rad erst vorne nach innen ein. Nimmst dann deinen Nullpunkt und dann drehst du es zur anderen Seite ein, dass der über die Lenkbewegung halt eben feststellt, wie sehr sich das Rad neigt. Und wo sich das vor allem hin neigt. Und dadurch ermittelt er der Nachlaufwert. Das heißt, wir drehen jetzt erst auf die eine Seite. Nullen das Gerät. Auch immer darauf achten, dass du das Rad dabei nicht irgendwie verdrehst, sondern möglichst gerade halt eben so, wie das Rad sich drehen will, das Rad drehst. Und dann sind wir hier schon bei 6 Grad. Jetzt können wir uns unten die Schrauben angucken, dass wir wissen, wo wir sind. Wir sind hier auf der Seite fast auf maximalen Nachlauf. Woran erkennst du das? Wie die Schraube steht. Ich hab's gerade mal da drunter. Das heißt, du hast hier den Schraubenkopf fast waagerecht nach dastehen. Hier auf der Seite hast du den Schraubenkopf waagerecht nach dastehen. Das heißt, die Achse hat einen minimalen Unterschied. Ist auch absolut nicht tragisch, solange du halt eben deine Werte noch einstellen kannst, wo du hin willst. Das heißt, ich weiß jetzt, dass ich hier auf der Seite noch mehr Nachlauf geben kann. Jetzt mäßig die Seite ein, weil die Seite schon auf Maximum steht. Das Auto hat eine Servolenkung, haben wir eben geguckt. Das heißt, ich muss mich im Endeffekt nach dem Wert richten, weil das mein Maximum ist, wo ich hin kann. Jo. Machen wir das. Machen wir das. Gut. So, jetzt machen wir den selben Spaß nochmal auf der anderen Seite, damit wir wissen, wo wir hier im Nachlauf sind. Wie gesagt, einmal zur einen Seite eindrehen. Ich werde eingelebt. Nullen. Und dann zur anderen Seite eindrehen. Und auch hier sind wir bei 6 Grad. Das heißt, ich weiß, dass mein Maximum 6 Grad ist. Ich habe auf beiden Seiten 6 Grad Nachlauf stehen. Im Endeffekt rühren wir das dann in dem Fall nicht an, weil es sowieso schon das Maximum ist, was geht. Wenn ich jetzt halt eben unterschiedliche Werte habe, muss ich halt eben anfangen einzustellen. In dem Fall lasse ich das Rad dann eingeschlagen stehen und stelle unten. Und wenn ich fertig bin mit Einstellen bin auf meinem Zielwert, ziehe ich die Schraube fest und messe das alles nochmal nach. Das heißt, ich fange wieder mit dem Eindenkspiel an und kontrolliere, dass das auch alles richtig ist. In dem Fall müssen wir das nicht machen. In dem Fall müssen wir das nicht machen. Wie gesagt, wir sind hier auf Maximum. Ich habe mit meinem maximalen Wert hier den gleichen Wert, den ich drüben habe, wo ich noch stellen könnte. Da ich es aber halt eben gleich stehen haben will, damit die Räder gleichmäßige Rückstellwirkung habe vom Rad links zu rechts, bleibt die ganze Nummer so stehen. Jetzt messen wir noch unseren Sturzwert nach, dass der auf beiden Seiten passt bzw. stelle den einen, wenn der nicht passt. Dafür muss wie gesagt die Bühne immer eingerastet sein. Dann messe ich dann entsprechend auf beiden Seiten nach, ob ich da bin, wo ich hin will. Das sieht in dem Falle gut aus. Das heißt, das können wir so lassen. Wie gesagt, wenn du halt eben stellen musst, ist hier vorne die Sturzschraube, hier hinten die Nachlaufschraube. Das selbes Verfahren wie hinten. Motor aufdrehen, nach außen hin. Wenn der Kopf nach außen zeigt, kriegst du mehr Sturz oder halt eben mehr Nachlauf. Wenn der Kopf nach innen zeigt, umgekehrtes Spiel. Kriegst du halt eben einen geringeren Wert. Dann können wir jetzt das Auto ablassen, machen einen Lenkradfeststeller rein und dann messen wir noch Spur. Genau, das ist unser Lenkradfeststeller. Mit dem wir das machen, gibt es auch unterschiedliche Systeme. Systeme, die von unten spannen ans Lenkrad oder welche, die in dem Fall von oben spannen. Das heißt, du hast hier dein Lenkrad drin sitzen und spannst es halt eben so oben gegen die A-Säule. Beziehungsweise am Kragen von der Frontscheibe dran. Da passiert auch nichts. Das ist hier oben so weich gedämpft, geht keine Frontscheibe oder sowas von kaputt. Das heißt, du spannst das Lenkrad halt eben so vor und ziehst dann hier innen die Schraube fest, dass ich das Lenkrad im Idealfall hier innen nicht drehen kann. Das heißt, du stellst jetzt das Lenkrad so gerade, wie es nur irgendwie geht? Genau, komplett gerade und dann wird nachher unten an den Spurstangen halt eben die Spur eingestellt. Gibt es immer noch so einen Fall oder so einen Spezialfall bei so einem MX-4. Bei anderen Autos hast du irgendwo einen Anhaltspunkt, wo das gerade ist. Jetzt mal, ich weiß nicht, ob wir da besser meine oder deine Kamera für nehmen. Wahrscheinlich mit deiner. Aber wenn du jetzt hier rein guckst, du hast nirgends wo einen Anhaltspunkt, der wirklich 100% gerade in dem Auto ist. Das ist immer so ein Problem, weil das hier geht leicht nach da. Das Armaturenbrett kannst du dich auch nicht so wirklich daran orientieren. Die Lenkstockschalter sind auch entsprechend von dieser Abdeckung hier. Das heißt, die sind auch leicht versetzt. Deswegen ist es nicht so einfach beim MX-5 Lenkrad gerade zu stellen. Da muss man immer ein bisschen nach gucken, weil wenn du das so stellst. Ich weiß nicht, ob das jetzt relativ gut drauf ist. Ich versuche mal einen unterschiedlichen Winkel nachzunehmen. Aber wie du siehst, das Lenkrad ist halt eben nicht gerade, sondern steht leicht nach rechts. Du hast aber erstmal den Anschein beim Einstellen, dass es gerade ist, weil du dich hier hinten dran orientierst. Oder weil du dich nach dem Tapo orientierst, das wäre entsprechend so, ist es auch schief. Das heißt, hier innen drin gibt es nichts, was 100% gerade ist. Und das geht durch alle Generationen durch. Deswegen musst du immer so ein bisschen gucken, dass du halt eben das Lenkrad komplett von dem Rest hier hinten drin geistig ausblendest. Weil hier hinten ist nichts gerade. Wie gesagt, das ist beim NA so, das ist beim NB so. Beim NC geht es. Und beim ND ist wieder Katastrophe. Das ist nichts, was gerade ist, 100%. So. Dann versuchen wir unser Lenkrad so gerade wie möglich zu positionieren. Ich gehe mir hin, fixiere mir das unten mit dem Knie halt eben an. Schraube auf. Hier oben reingespannt. Es braucht auch nicht zu viel Spannung, weil es geht eigentlich nur darum, dass es halt eben hier oben in keine Richtung abhauen kann. Sich mit dem Lenkrad irgendwie mitdrehen kann. Hier ist es halt eben gehalten durch die A-Säulenverkleidung zu der Seite hin zur Frontscheibe. So, jetzt kontrolliere ich das nochmal. Ich mache für sowas immer den Sitz ganz gern komplett nach hinten, dass ich wirklich sicher gehen kann, weil ich bin relativ klein. Die meisten Leute sind größer als ich. Das heißt, die sind viel weiter hinten und dann hast du natürlich einen anderen Blick auf das Lenkrad. Das Lenkrad ist fixiert. Das heißt, wir können das Auto wieder hochheben und gehen jetzt an die Spureinstellung. Jetzt geht es an unsere Spureinstellung. Wie gesagt, halt eben wie das Rad in welche Richtung es eingedreht ist. Das heißt, ich gehe jetzt als allererstes hin und nehme wieder hinten auf meinen Messküften meine Werte auf. Das wären in diesem Fall 8,75 auf der linken Seite. Und auch auf der rechten Seite sind wir bei 8,1. Der Laser streut natürlich immer so ein bisschen. Genau. Das heißt, wir sind hier bei 8,1. Zählen sind wir von 5 hoch. 5, 6, 7, 8. Und dann noch das Stückchen darüber. Jetzt sind wir bei 8,1. Das tragen wir jetzt hier alles wieder ein. Geben hier unten schon mal unseren gewünschten Spurwert von 12 ein. 12 Minuten. So. Und jetzt messen wir wieder mit unserer Latte unseren Trapez. Jetzt kommt der Rad richtig. Wie auch immer. So. Hier liegt ein. Das ist auch wieder vorne oder vorlegen. Nullen. Nullen. Nullen die Latte wieder an der Vorderseite. Nehmen wir mit nach hinten. Nehmen wir hinten auf unsere Markierung. Richten die Messköpfe nach hinten aus. Schieben hier auf den Nullwert. So. Richten den anderen Laser auch nach hinten aus. Und hab da unseren reellen Gesamtspurwert, der momentan bei 10 liegt. Jetzt haben wir 10. Wie gesagt. Wirkliches ist das Ziel. Das heißt, wir müssen sich nicht allzu viel stellen. Ich wollte gerade sagen, es ist gar nicht mal so weit weg. Genau. Es ist gar nicht mal so weit weg. Kommt natürlich auch immer drauf an. Wann das Auto das letzte Mal vermessen wurde. Wo damit gefahren wurde. Ob sich was dadurch verstellt hat durchs Fahren. Das kann natürlich auch vorkommen. Ich könnte mir vorstellen, durch Oschers Leben kann ganz schön was verstellt werden. Ja, Oschers Leben ging. Weil die Curbs relativ flach waren. Aber gerade so ein Nordschleif ist halt killer, weil du so viele Bumps und sowas da drin hast. Lausitzring. Lausitzring. Genau. Je nachdem, wenn du dann aufs Roval hoch fährst, gibt es schon relativ gute Schläge ins Auto. Und da ist diese S-Kurve mit neben dem Curb diesem Erdloch. Ja. Also je nachdem, wo du halt eben mit dem Auto fährst, kann sich da guten gerne machst erstellen über die Zeit. Ja. So. Das heißt, ich nehme jetzt noch einen 17er und hoffe, dass die Spurstange da sind und dann das ist 12. Genau. Das ist hier eine Kontermutter, die ist 17. Ich will gerade noch einen 12er Schlüssel. Und im Prinzip drehst du die Seite hier auf. Das können wir hier gerade mal probieren. Ob ich gut gefrühstückt habe. So, genau. Drehst die Mutter auf, drehst sie dir ein bisschen weg, dass du gescheit stellen kannst. Und drehst dann hier innen an der Spurstange und drehst darüber die Spurstange in den Spurstangenkopf rein oder raus und drehst damit das Rad. Also wenn du halt eben rein drehst, ziehst du das Rad näher an dich ran. Wenn du raus drehst, drückst du das Rad weiter nach außen. Genau, nach außen wäre dann in dem Fall, dass du halt eben Nachspur fährst, weil dich das Rad so wegdreht. Oder wenn du rein drehst, ziehst du das Rad rein und kommst in eine Vorspur rein. Genau, das heißt ich habe da jetzt eine Vorspur, die zu viel ist, weil der Laser halt eben weiter nach außen geht, als er es eigentlich haben will. Ich will auf 8,5 rauskommen, bin jetzt so bei 8,7. Das heißt, ich gebe dem Ganzen ein bisschen mehr Nachspur. So, jetzt sind wir bei 8,7,5, roundabout. Das heißt, ich gehe hin, gebe dem Ganzen ein bisschen mehr Nachspur, wenn ich auf 8,5 bin. Gucken wir das Ganze hier hinten nochmal an. Kann noch ein bisschen. So, muss da eigentlich recht gut passen. Genau, jetzt sind wir bei 8,5. Jetzt gehe ich hin, drehe mir hier oben die Mutter bei und achte dann beim Festziehen von der Mutter darauf, dass sich da hinten nichts stellt. Ich habe das jetzt nur mit der Hand festgezogen und sie ist da hinten schon wesentlich bewegt. Das heißt, die Mutter ist beigedreht. Ich richte mir die ganze Nummer so aus, wo ich es hin haben will. Mal nach 8,5. Probieren wir das nochmal. Genau. Und dann ziehe ich die Mutter auch schon wieder fest. Dass sich das da hinten nicht mehr mitstellt. Beim Festziehen ist das ganz normal. Das ist ein bisschen Flexematerial. Was man auch immer ganz gut bei den AMBs sieht, wenn du hier dran drehst und sich da hinten mein Wert verstellt auf meinem Messkopf da hinten, dann kann es relativ gut sein, dass du das Lenkgetriebe neu einstellen musst. Beziehungsweise, dass es zu lose ist. Du hast hier unten so eine Vorspannschraube. Vielleicht mal gucken, ob wir vielleicht irgendwo noch einen Lenkgetriebe haben. Dann können wir das auch noch zeigen. Ja. Hier unten so eine Vorspannschraube, wo so eine Schale quasi dran ist, wo dann deine Zahnstange vom Lenkgetriebe durchgeht. Und wenn du da halt eben ein zu loses Spiel drin hast, dann kannst du das da drüber relativ gut gucken, dass die komplette Zahnstange innen drin ein bisschen kippelt. Genau. Wir sind jetzt kurz an einem anderen Auto. Weil an dem anderen Mondelfahrschutz dran war, kannst du die bitte nicht so hochfahren. Ich komme da gleich schon wieder dran. Genau. Du hast hier eben die Einstellschraube für die Lenkstange, für die Zahnstange, die innen drin verläuft. Du hast hier außen eine Kontermutter drauf, mit dem du das Ganze wieder befestigen kannst. Du kannst hier hinten die eigentliche Einstellschraube. Funktioniert im Prinzip wie eine Spurstange außen. Das heißt, du löst die Mutter, kannst über die Schraube das Spiel einstellen von der Zahnstange, die innen lang läuft. Wie gesagt, hier unten ist wie so ein kleiner U-Schäkel dran an der Schraube, worüber du das Spiel einstellen kannst, dass sie hier nicht nur kippen kann. Du stellst es hier ein, sodass es nicht schwergängig ist oben am Lenkrad, aber dass du halt eben kein Spiel drin hast. Dann ziehst du außen die Mutter wieder fest, kontrollierst die ganze Nummer nochmal oben am Lenkrad. freigehobenen Rädern, dass du kein Spiel hast und dass es eben auch sauber lenkt. Also, dass die Lenkstange nicht irgendwie an diesem U-Schäkel schleift oder sowas. Dann wird es ganz gerne mal relativ schwergängig. Wie oft geht sowas kaputt? Lenkung? Kaputt geht das nicht eigentlich. Du stellst es eigentlich nach. Du hast so eins von korrigemischem Spannfliegen. Ich hatte einmal bis jetzt eine gehabt. Das hier drinnen ist eine Feder. Und die Feder war bis jetzt einmal gebrochen. Aber ich habe so viele Emigranten gemacht, dass ich es kurz einmal… Aber nachstellen, eins von 20, 25 Autos vielleicht, würde ich tippen. Ja. Und meistens hast du das nur beim Nachstellen, wenn du gerade Lenk und Ruhe baut hast, aber ohne Serum. Genau. So, wie gesagt, linke Seite ist jetzt eingestellt. Wir sind hier auf unseren 8.5, die vorgegeben sind, damit wir nachher auf unsere 12 Minuten Gesamtspur kommen. Jetzt gehen wir auf der anderen Seite noch hin und machen genau dasselbe Spiel. Dass wir auf unseren 8.5 hier hinten rauskommen und dann hast du insgesamt 12 Minuten Vorspur. So, dann sind wir auch schon fertig mit unserer Vermessung. Ein Beispiel vom MX-5 NA, NB ist absolut identisch, NC, ND, ändert sich die Querlenkerkonstruktion unten her ein bisschen. Können wir vielleicht auch nochmal ein separates Video dann zu machen gerne. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie so ein MX-5 auf der Rennstrecke sich bewegt, mal ein paar Onboard sehen wollt und sowas, könnt ihr gerne das Video, das wird wahrscheinlich hier sein, oder? Uh, oder da. Oder da, oder da, oder da. Irgendwo wird es auf jeden Fall sein. Könnt ihr euch gerne unser Video von Osches Leben angucken, so ein bisschen Vlog-Style und halt auch mit ein paar Onboards dabei von ein paar Fahrern von uns. Genau, und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare und dann hoffen wir, dass wir so beantworten können. Ja.